Hör auf dein Herz Kurz noch einmal zur Erinnerung. Die Herzschwäche, medizinisch Herzinsuffizienz, ist ja nicht nur eine extrem häufige, sondern vor allen Dingen auch extrem häufig unterschätzte Krankheit. Den meisten Menschen ist ja nicht bewusst, dass man mit einer unbehandelten oder schlecht behandelten Herzschwäche eine Lebenserwartung hat, die der der meisten Krebserkrankungen entspricht. Und das ist vor allen Dingen deswegen so schade, weil wir im Gegensatz zu den meisten Tumorerkrankungen bei der Herzschwäche mittlerweile hochwuchsame Behandlungsmethoden an der Hand haben, die aber leider viel zu häufig nicht konsequent genug eingesetzt werden. Und neben den bereits vorhandenen, gut wirksamen Medikamenten zur Behandlung der Herzschwäche, ist jetzt ein neues Präparat auf den Markt gelangt, was wirklich sehr vielversprechend ist und das Potenzial hat, ein wirklicher Blockbuster zu werden und bei geeigneten Patienten mit einer Herzschwäche noch mal einen deutlichen Überlebensvorteil zu bieten scheint. Die Rede ist von Entresto, einem kombinierten Wirkstoff aus dem altbekannten und bewährten Valsatan, also einem Hemmstoff des bei der Herzschwäche überaktiven und dadurch eher schädlichen Renin-Anjutensin-Aldosteron-Systems und einer zweiten völlig neuartigen Wirkkomponente, dem Sacubitril, einem sogenannten Neprylysin-Inhibitor, also einem Hemmstoff des Neprylysins. Was ist denn nun wieder Neprylysin? Neprylysin ist ein körpereigenes Enzym, was unter anderem die sogenannten natriuretischen Peptide wie ANP und BNP abbaut. Und das sind kleine Eiweißstoffe, die natürlicherweise blutdrucksenkend wirken, indem sie zum einen die Urinausscheidung fördern und zum anderen auch unsere Blutgefäße weitstellen. Und wenn wir jetzt mit dem Sacubitril, dieses Enzym, hemmen, was ja normalerweise ANP und BNP, also die natriuretischen Peptide, abbaut, dann ist natürlich in der Folge mehr von diesen natriuretischen Peptiden aktiv und dementsprechend resultiert eine stärkere blutdrucksenkende Wirkung. Und in einer großen Studie, der sogenannten Paradigm-HF-Studie, konnte jetzt an über 8000 Patienten mit einer fortgeschrittenen Herzschwäche eindrucksvoll gezeigt werden, dass durch diese Behandlung mit diesem neuartigen kombinierten Wirkstoff anstelle des bisher üblichen ACE-Hämmers eine eindrucksvolle Reduktion sowohl der sogenannten Hospitalisierung, also der notwendigen Kranken außer Aufenthalte, als auch der Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen insgesamt um 20% erreicht werden konnte. Und das ist schon wirklich ein unglaublicher Effekt, wenn man bedenkt, dass die Vergleichsgruppe in dieser Studie ja ebenfalls nach dem bisherigen Behandlungsstandard optimal mit Medikamenten vorbehandelt war. Und dementsprechend hat also dieses neue Behandlungsverfahren mit diesem Sacubitril-Valsatan auch schon Einzug erhalten in die allgemeinen Behandlungsempfehlungen der Herzschwäche die sogenannten Leitlinien. Wer sollte also nun dieses neue und aktuell natürlich noch recht teure Medikament erhalten? Vorgesehen ist Interesse zunächst für Patienten mit einer fortgeschrittenen Herzschwäche, also einer fortgeschrittenen Pumpleistungsschwäche der linken Herzkammer, die unter einer ausgereizten Standardbehandlung weiterhin nicht beschwerdefrei sind. Wenn Sie also wissen wollen, ob dieses neue Medikament vielleicht auch etwas für Sie sein könnte, dann gilt wie immer, wenn Sie sich an den Arzt Ihres Vertrauens, der Sie und Ihrer Erkrankung natürlich am allerbesten kennt. Das war es auch schon wieder mit meinem Video. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein bestätigendes Like. Nutzen Sie die Kommentarfunktionen. Ich versuche so viel wie möglich Anfragen persönlich zu beantworten. Abonnieren Sie mich auf YouTube oder Facebook. Stümmern Sie noch etwas auf meiner Webseite rum und vor allen Dingen hören Sie auf Ihr Herz.